dann schauen wir mal was das Midgame Aram so bringt, oder? schön oh shit ich gehe mal auf Lanes im Leben geht schon nochmal schönen Hit kassiert niemand darf überleben schade nice in Ordnung ich gehe mal nach unten gängig hey, vergeudet euer Talent nicht würden wir sie gemeinsam jetzt fällt mich nichts mehr auf und danach sollten wir wir gucken um unser Hardcamp machen, oder was? ok, da kommen garantiert noch mehr runter vielleicht kommt das so berg hm kommt ein Lot, das kommt hier bei uns ok ok, war das noch? hey, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren ja komm, wir hätten das noch gekriegt ja, jetzt ist es zu spät ja, jetzt ist es zu spät ich habe meine Beute gefunden verteidigen! sofort! hm, noch nicht von hier oben kommt gleich, wenn, nur eine runter wollen wir hier campen? so, und die stand da so auf verlassenen Posten ich habe meine Beute gefunden Ach komm, das geht nicht, ne? Gut gemacht, Heiler. Wir haben den zu gut. Wir haben den gut. Wie beeindruckend. Ja, Leroy geht schon noch plane. Ich kann mal so von hinten, wenn die Leute nach vorne gehen. Gehen wir mal aus dem Brunnen schlürfen. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Keine Gnade für die Elenden. Nach dem Tribut sollten wir auf jeden Fall das ein machen. Oh shit. Ich bin bereit, wieder auf die Jax zu gehen. Gehen Sie. Eure Furcht verrät euch. Oh, Lex. Lex, 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 Lex. Ich hab Lex gehabt. Wir sind ja gut rausgekommen. Alles geregelt. Der Tod ist ein Werkzeug der Geißel. Weiter so. Ich mach hier das kleine Camp. Theoretisch solltet ihr schon mal hoch zum... Ja, ich geh da hin. Du willst das unbedingt dieses Camp machen? Ja man, ja. Wir hätten das schon längst machen müssen eigentlich. Erstes Blut bei uns. Aber ich darf erstes Blut sein. Ah, das Tank, ne? Nein. Nein, ich bin... First Blood Arts. Name. Achso, ja. Das auch. Wählt ein Talent. Braucht ihr Hilfe beim Camp oder kriegt ihr das? Gefahr lauert in der Nähe. Ja, wir kriegen das so easy. Zollt mir Tribut oder stellt euch meinen Fluch. Ihr habt die Wahl. Achso, ich bin zu einem Pfeuten. Ich hab doch was. Sieht aus, als könnten sie etwas Hilfe gebrauchen. Wie ist Sex ist viel auf Waller? Boah, ich weiß es nicht. Also im Schnitt habe ich meistens immer irgendwie so was zwischen 20 und 40, ne? Das ist doch jetzt schon 15. Ja, diesmal läuft es ganz gut. Das gibt doch immer rund. Peng? Halt zur Hölle! ... Gehen! Bluteisoり! ... Abschaun! Ich fühle mich gestorben! wo habt ihr gelernt so zu tun sie dienen beim sterben zu der lehrer macht guten job und reger ist auch gut ich hab keinen mana mehr es ist gerade ein bisschen kacke ich muss auf jeden fall gleich nach dem fluch zurück ich fühle mich gestärkt das vorkam da eh nicht zur geltung ich will nicht gestärkt mein fluch vergeht doch nur vorübergehend machen ich möchte dieses Lass dann zu deren Gegnern den Ballboss Ja, haben die schon Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Geben wir uns verteidigen Den lassen wir da hinschmelzen den Boss Ja Hat den gar nichts gebracht Außer wir den nicht gekriegt haben Das war unser Camp Wir haben noch zwei Länge über den, ne? Ja, die jetzt Wir waren die ganze Zeit immer so ein bisschen Das Talent vor den Außer kurzzeitig hatten wir weiter 10 Und erringt meine Gunst Soweit ich mich erinnern kann Trappen Ach zur Hölle Spielt meinen Hass Oh shit Aber die ist ja auch, dass die hinterher geht, ne? Wollt ihr noch mehr? Ich hole mal den Tribut eben Chaos Wir sollten dieses Soldnerlager einnehmen Wir sollten dieses Soldnerlager einnehmen Ja Der Sieg ist nah Ja Wollen wir pushen Wollen wir sagen, was das ist Ja, wir kriegen das vor Zollt mir Tribut Oder stinkt euch meinem Fluch Ihr habt die Wahl Jetzt sind wir schon deutlich vorn Weiter so Geht Leicht wachsam Unser Gegner ist in der Nähe Die sind ja alle oben ran, die nehme ich nochmal mit Geht Okay, die Schneeballkanone war gut Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste, Alter Ich wollte die ganze Zeit meine Ult einsetzen und bin auf irgendwas anderem am drücken, ja Wie steht es auf euch Das war ja mal ein Missplay Okay Ah Wann der Siebo noch Geht 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 durchdrücken ich glaube nicht dass sie da unten schon durch kommt zum beenden oder ich bin eurer lächerlichen streitereien überdrüssig sollte mit tribut und erringt meine gunst jetzt sind die kein talent mehr hinter uns bin zu tief und die wehung steht auf und versucht es noch einmal wieder haben wir nicht gesehen wo ich das gewollte der blutrausch ist vorbei alles gegeben und gekämpft bis zum schluss lebe nur noch lieben eng ne leoric ist auch noch oh ne scheiße der ist ja stimmt sein trade ist ja nicht so lange tot aber die sind die sind die sind aber so low ne das war natürlich nice lol das ist ein shortwert die stelle fast 1430 schade ich hab gedacht die läuft durch niemand darf überleben das war nicht gut was freil ne vor allem er ist noch voll durch meine dinger durchgelaufen weißt du wollen wir noch boss machen oder wollen wir zu ende probieren zu pushen ja jetzt können wir pushen ja ja was für eine nur zeitverschwendung ja falls wir es nicht schaffen zu pushen können wir den immer noch holen schon tot? jämmerlich jämmerlich ach komm ey die setzt die echt gut du hast keine chance da großartig auszuweichen ich habe den eindruck eure feinde wissen nicht wirklich was sie tun und wenn ihr jetzt noch die radenwache aufschreiten könnt mein vater wäre ja so wütend wenn er das wüsste wir sind siegreich wo habt ihr gelernt so zu töten? ja das voll hat kein bock mehr ach zur hölle die gehen ja die sind die die sind die die sind die die sind die ich habe mich freuen oder Leoric der hat wirklich einen guten Job gemacht Ja, zweimal dumm gestorben, aber okay. War zum Glück jetzt nicht so schlimm. Bin einmal wegen Letzt gestorben. Ja, ich einmal, weil ich die falsche Taste gespammt hab und einmal, weil ich da hinten noch reinrenne.